um gut reinbauen und alles sollte nur vor allem du der erde der erste 1 ist in den Tieren man könnte ja meinen alle Menschen sind Tiere aber das ist meiner Meinung nach ist das neulichste Anzeichen von Menschlichkeit dass man immer alles vorträgt was längst klar aus als er hat die Böse gegenseitig das ist unkoral und was unkoral gut dann ist aber korall wenn ich dein Haus in die Luft jagen nein das ist nicht weil du die Spiele kaputt machst und dann werden wir dich alle töten aus unserem Dorfverband und aus dem Respekt abband so ziemlich dann troll ich ihn nur mit Pfeilen ganz nebenbei ich kann Sprinten und du nicht heee zumindest du nicht so hua vor allem wenn du Pfeile verfindest bist du selbst schuld ich hab mir als Luke Pfeile trotzdem erzielt so lehrt seid ihr so keine stein jetzt lass uns mal bitte ich für eben meine Sachen sichern zufrieden aber hast Angst nö aber wenn ich die ganze Zeit in einer riesigen Klippe die 50 Blöcke tiefes rumlaufe dann ist es vielleicht angebracht seine Sachen sicherzustellen bäh bäh du hast mich sowas voll erschreckt du kaufst aus meiner Arme jeder lässt sich eh jeder wird sich jetzt zuhause denken what the fuck was ist das für ein komischer Typ der lässt sich bei Minecraft erscheinen hast du schon enchantet wie hast du enchantet äh wir haben die ganze Zeit mit dem Mönch gehandelt und der Mönch ist so cool und äh lässt zum Beispiel Exter entschaden und ne Rüstung entschaden also ne Eisenbrustpatter entschaden ach cool Aua das ist immer ein teint dein hit DAS GEDRACHE NIEIN ich bin mit der mit dem TNT NIEIN na nöte 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 Heute noch NEIN NEIN DAS TUT WEH auf sonst sterbe ich jetzt jetzt raus raus jetzt raus raus aus was hast du ausgenommen okay m alter und macht komische der Hallo! Denk da nicht dran. Hallo! Warum mach ich das? Ich hab dich nur mit einem Zickel hauen. Ich weiß. Du kommst mir aber traurig. Soll ich dich mit deinem Schwert hauen? Wahrscheinlich. Verpiss dich. Was wenn nicht? Kann ich dir zeigen. Nein. Hast du Wolle? Nö, nicht mehr. Was hast du in der Kiste? Nein. Ich lass dich in Ruhe. Ich mach eine große Zuckerrohrplantage. Das ist gut. Ich hab noch Zuckerrohr. Brauchst du? Ich hab eigentlich eine ganze Menge. Ich hab über einen halben Stack jetzt gerade bebaut. Dann mach ich das nochmal zu Papier. Ja, das kannst du dann bei den einen Typen gleich handeln. Bei den Typen, da kann man sich Bücher egal, später dann kaufen. Ich hab jetzt 24 Papier, wo kann ich das verkaufen? Ja. Du brauchst 36... Du brauchst irgendwas... Du brauchst mehr. Oh. Auf jeden Fall. Okay, dann lass ich. Aber behalts. Ja. Du brauchst 1. Du brauchst 1. Geisen. Ach, warte. Ich kann ja... Aber du hast keine Blast Protection. Es ist mir doch egal, wer braucht Blast Protection. Ich bin nicht so dumm, mich von Creeper treffen zu lassen. Ach ja, äh... Dings... Ähm... Luke, falls du's noch nicht wusstest, der Typ verkauft jetzt auch Glowstone. Ein Glowstone für zwei... Äh, zwei Glowstone für ein... E-Meralt. Ein E-Meralt für zwei Glowstone. Okay. Komm schon. Lass Set links fallen. Lass Set links fallen. Ähm, ich mach hier grad mitten im Dorf ne... Farm von Zuckerrohr. Das ist meine. Warum mitten im Dorf? Weil ich bis jetzt nur im Dorf bin. Und keinen Bock hab mich woanders noch aufzubauen jetzt mal. Ich werd ich später auch noch woanders aufbauen. Erstmal werd ich jetzt hier für mich ne... ne... ne Zubauerrohrfarm machen. Ihr könnt meinetwegen ab und zu was abbauen, aber nicht komplett abbauen dann. Ach so, du musst nicht viel hin und her argumentieren. Ein Schleim! Mein auch! Wo genau bist du eigentlich? Tja, das sagst du dir wohl gerne. Nur Justus weiß das bis jetzt. Und Justus, du hast es nicht verraten. Und ich hab eine meiner Kühe getötet, dafür müsste ich ihm eigentlich noch Strafe geben. Ich tippe mal auf Swamp, aber scheiß drauf. Nein, bin ich übrigens nicht. Was willst du denn als Gegenleistung haben für ne Kuh? Äh, Schweine. Ja klar, woher soll ich dir gehen? Ja, irgendwoher... oder noch ne neue Kuh. Du ersetzt mir die Kuh entweder, oder du... Oder was? Ja, oder du holst mir ein Schwein. Und wenn ich beides nicht mache? Ah, dann... dann werden wir gleich Probleme... dann werden wir irgendwann Probleme kriegen, weil ich werd mich daran erinnern, werd irgendwann zuschlagen. Ähh... Wär mit dir irgendwann mal zusammen eingehen, vor einer Schlucht stehen. Ich werd niemals wieder mit dir mal eingehen, wenn du das so machst. Ach, irgendwann wirst du's vergessen. Das ist immer noch ein Server, der auf Gruppenaktivitäten ausgelegt ist, und so vor oder später wirst du diese Situation vergessen, und dann hast du dann nötig, weil Malte's nicht vergessen wird. Wieso, wenn ich's mir einfach mit dem Heft so an Bildschirm mache? Nee, wieder mit weitem eingehen. Tschüss. Was macht er? Keine Ahnung. Was macht er? Ich werde in naher Zukunft weg sein. Gut. Was ist in naher Zukunft? Das weiß ich noch nicht. Und wie lange? Geben wir auch aus in den nächsten halben Stunden spätestens. Drei Sekunden. Und wie lange bist du weg? Vier Sekunden. Bis fünf ungefähr. So lang. Ich hasse Lavaseen. Ich denke immer, gleich kommt ein Skelett. Das hab ich auch. Was ist denn mal so ein traumatisches, ähm... Raphael, nimmst du immer noch auf? Ja, soll ich mal aufhören? Hm, wie groß ist dein Speicherplatz noch? Stantisch. Vor ein paar Wochen ist meine Festplatte gecrasht, da passt noch eine Menge drauf, glaube ich. Okay, dann sag, wenn du wieder wechseln willst. Okay. Wir könnten ja auch eigentlich parallel aufnehmen, weil wir können ja immer nicht sehen, was die anderen machen, was nervt auch. Das wäre eigentlich am besten, wenn jeder aufnehmen würde. Das wäre unnötig. Das wäre unnötig. Das wäre unnötig. Das kann ja jeder auf eigenem Channel hochladen oder so. Nein, wir haben aber einen Channel gemeinsam. Ja. Da kann ja alles auf den einen und dann jeweils auf den von den anderen, keine Ahnung. Aber das wäre unnötig. Ja. Ich finde das aber ehrlich gesagt, besser wäre nicht alles auf Channel wäre, weil... wenn man dann leichter so sich ineinander kommen könnte, welches Video jetzt von wem ist. Ja, dann machen wir drei oder vier Playlists. Ja, wir machen das alles in einer und machen dann sozusagen, schreiben dann drüber, machen dann die komischen Kästchen, die man auch an- und ausschalten kann. Wie ist das meine? Ja. Man kann auch da zum Beispiel so Kommentare reinfügen. Ach so, ja. Ja, ja. Dann schreiben wir hin, es spricht der und der oder so. Es filmt dann. Ja, aufnahme, Doppelpunkt und dann der Name. Ja. Also machen wir das jetzt alle gleichzeitig. Nein, nicht alle gleichzeitig. Nur immer einer oder es kann nochmal zwei gleichzeitig aufnehmen oder so. Und abwechselnd. Ich finde das besser, wenn alle was machen würden, weil die, die jetzt das hier gucken müssen, zum Beispiel, nicht genau, was Jesus macht. Das heißt, er wiederholt sich die ganze Zeit und das ist nicht worden super nervig. Ich mache sowieso schon was, weil ich extra nehmen und auch noch beim Rechner. Let's play immer noch. Guckt es euch an, es wird gut. Es wird spannend. Ich würde sagen, wir machen immer so Reihe um. Jeder nimmt mal auf. Ja, ich bin so, dass ich dann mal... Ja, und ich kriege auch noch irgendwoher Craps. Ja. Craps. Ist auch gar nicht so schwer, das mal eben runterzuziehen. Ich kann euch nur Links in so einem YouTube-Video schicken. Links in so einem YouTube-Video, das ist auch immer geil. Oh, ich liebe Melons. Justus, du kannst übrigens irgendwann mal zu mir kommen deine Melons abholen. Ja, mache ich gleich mal in nächster Zeit. Meine Melons ist schon recht groß. Ja, mache ich gleich mal in nächster Zeit. Ich gehe jetzt erst mal gleich zu dir. Aber achte auch, dass dir keiner folgt. Ja. Boah, ich habe gerade fast mein ganzes Schwert kaputt gekämpft. Ja, so mache ich jetzt auch gerade. Oh, ich liebe Melons. Die sind so geil. Die heilen viel zu wenig. Ja, na und? Das ist vollkommen wurscht, wie die heilen, aber man kriegt so viele aus einer immer, weißt du? Und die wachsen so richtig schön schnell. Wunderschön und schnell wie eine Ballerina auf den Crack. Äh, ja fast, Raphael. Schickst du mir die Videos dann oder renderst du dieselbe und stellst dieselbe hoch? Ich glaube, ich kann das wohl selber rendern. Wie gesagt, Mac hat Macs ja immer enttäuscht. Okay. Immer genau dann enttäuscht, wenn ich es gebraucht habe. Das ist die Enttäuschung gebraucht, aber ich glaube, ich finde ich nicht mehr wieder raus. Dann bau dich los rum. Tue ich jetzt auch. Na, geil. Wirst du aus der Höhle raus, buddelt du dich hoch, kommst du in die nächste. Scheiße, meine Kohle ist schon wieder alle. Boah, das ist schon wieder viel Melans gewachsen, what the fuck. Na, sie selbst verfügeln, das Skelette. Höfigen Bonio. Höfigen Bonio. Höfigen, ist doch eine ре politische